Das Training war absolut genial und ich finde, es ist jedem zu empfehlen, dass man weiß, in einer Situation sich zum Wehren und sich zum Ausdrücken, wenn man irgendwen in die Flucht schlagen will. Also mir hat es sehr viel gebracht. Ich hoffe zwar nicht, dass ich es je einmal brauche, aber trotzdem weiß man, wie man sich wehren kann. Also Bernhard bringt das super zum Punkt und man hat sich wirklich wohl gefühlt dabei und hat keine Angst mehr, irgendwo alleinig unterwegs zu sein. Super, danke vielmals. Dankeschön, super.